In diesem Video zeige ich, wie man für ein bestimmtes chemisches Element die Anzahl seiner Valenzelektronen oder Außenelektronen bestimmen kann. Und zwar ist ein Atom immer so aufgebaut, dass wir in der Mitte einen positiv geladenen Kern haben. Und dieser Kern wird von einer bestimmten Anzahl Elektronen umkreist. Die Anzahl der Elektronen ist gleich der Ordnungszahl dieses chemischen Elements. Und dieses Umkreisen des Kerns kann man sich vorstellen, als würden sich die Elektronen hier auf solchen Bahnen, sogenannten Schalen, befinden. Man kann auf jeder Schale nur eine bestimmte Anzahl von Elektronen Platz finden. Auf der ersten Schale gibt es zwei freie Plätze, auf der zweiten Schale maximal acht Plätze, auf der dritten Schale acht Plätze und so weiter. Wir brauchen immer nur die Schalen zu zeichnen, auf denen sich überhaupt Elektronen befinden. Die Schalen sind nun mal in feinere Orbitale unterteilt, aber darauf komme ich erst im zweiten Video zu sprechen. Betrachten wir ein konkretes Beispiel. Wir nehmen das Element Magnesium. Hat die Ordnungszahl zwölf, wird also von zwölf Elektronen umkreist. Und jetzt beginnen wir von innen nach außen, diese Bahn mit Elektronen zu besetzen. Auf der ersten Schale finden zwei Elektronen Platz, damit ist die Schale voll. Dann können wir acht Elektronen auf der zweiten Schale besetzen. Damit haben wir jetzt zehn Elektronen verbraucht. Es bleiben noch zwei Elektronen übrig, die dann auf der dritten Schale Platz finden müssen. Und diese nennt man dann die Außenelektronen oder Valenzelektronen. Der Name Valenz kommt daher, weil das die nach außen wirksamen Elektronen sind. Die hier im Inneren, die sind sozusagen abgeschirmt und die sich am weitesten außen befinden. Die können auf ihre Nachbarn wirken und sind daher valent. Und somit besitzt das Element Magnesium zwei Valenzelektronen. Aber welche Bedeutung haben denn diese Valenzelektronen oder Außenelektronen? Warum sind die wichtig? Naja, die bestimmen die Eigenschaften unseres chemischen Elements. Die Elektronen, die auf den vollbesetzten Schalen im Inneren sitzen, die üben nämlich kaum Kräfte nach außen aus. Die haben sozusagen gar keine Wirkung auf die Nachbaratome. Aber die Anzahl der Außenelektronen bestimmt die physikalischen Eigenschaften des Elements. Oder auch dessen chemische Reaktionen. Und zwar, wenn wir uns mal anschauen, wir haben hier Lithium. Das hat ein Valenzelektron. Natrium hat ebenfalls ein Valenzelektron. Kalium hat ebenfalls ein Valenzelektron. Und die drei Elemente verhalten sich physikalisch sehr ähnlich. Das sind nämlich alles Metalle, die gerne ihr Valenzelektronen abgeben und dadurch den elektrischen Strom leiten können. Das sind Metalle. Und sie reagieren auch chemisch ähnlich. Deswegen nennt man diese drei Elemente auch die Alkalimetalle. Schauen wir uns dagegen die Elemente Fluor, Chlor und Brom an. Die haben als Gemeinsamkeit, dass sie immer sieben Valenzelektronen auf der äußersten Schale haben. Alle drei Elemente sind aggressive Gase, die man Halogene nennt, weil sie chemisch gerne mit Alkalimetallen zusammen Salz bilden. Halogen heißt Salzbildner. Die Elemente Helium, Neon und Argon hingegen, die haben vollbesetzte Außenschalen. Im Fall vom Helium ist das auf der ersten Schale die zwei Elektronen. Beim Neon sind das acht auf der zweiten Schale und beim Argon acht auf der dritten Schale. Bei diesen drei Elementen handelt es sich um Edelgase. Die gehen fast gar keine chemischen Reaktionen ein, weil ihre äußerste Schale vollbesetzt ist. Eigentlich müsste man sagen, dass diese Elektronen gar keine Valenz nach außen haben, weil sie ja gar nicht wirksam sind. Aber da sich Elektronen auf der äußersten Schale befinden, nennt man sie trotzdem Valenzelektronen. Die Anzahl der Valenzelektronen erklärt nun, wie zwei Elemente miteinander reagieren können. Nehmen wir als Beispiel ein Alkalimetall mit einem Valenzelektron und ein Halogen mit sieben Valenzelektronen. Dann können die beiden Elemente miteinander reagieren. Nämlich indem sich nun ihre Schalen überlappen. Beim Nahekommen der Elemente können sie sich dieses eine Elektronen teilen. Das gehört nun sozusagen zur dritten Schale des Chlors. Damit ist diese Schale vollständig besetzt. Andererseits hat das Natrium sein Valenzelektronen abgegeben an das Chlor. Damit ist die letzte äußere Schale, die zweite hier, vollbesetzt. Damit sind beide Elemente in einem Zustand, in dem sie nur vollbesetzte Außenschalen besitzen. Sie erfüllen sozusagen die Oktet-Regel. Oktet heißt acht Elektronen in der Außenschale. Wir sehen also, Natrium und Chlor reagieren zu NHCl-Kochsalz. Halogen. Beide Atome besitzen nun abgeschlossene Schalen. Man kann nun nicht nur von neutralen Atomen die Valenzelektronen bestimmen, sondern auch von Ionen. Das heißt, wir können ein Atom elektrisch aufladen, indem wir von außen Elektronen hinzufügen oder abziehen. Beim neutralen Natrium haben wir, wie gesagt, ein Außenelektron. Jetzt fügen wir mal ein weiteres Elektron hinzu. Dann haben wir ein Natrium-Ion. Das besitzt zwei Elektronen auf der Außenschale. Umgekehrt kann man dem Natrium auch ein Elektron wegnehmen. Dann haben wir ein Natrium-Plus-Ion. Damit ist die dritte Schale vollkommen entleert und wir brauchen sie gar nicht mehr hinzuzeichen. Stattdessen ist nun die zweite Schale die äußerste Schale, die Valenzschale, die mit acht Elektronen besetzt ist. Natrium-Plus hat also acht Valenzelektronen. Ja, das klingt lustig, indem man ihn ein Elektron weggenommen hat oder aus einem Valenzelektron plötzlich acht Valenzelektronen. Ja, das ist so. Schauen wir uns nun an, wie man die Anzahl der Valenzelektronen am Periodensystem ablesen kann. Und zwar sind ja im Periodensystem die Elemente in sogenannten Hauptgruppen von 1 bis 8 angeordnet. Die Hauptgruppen, das sind also die Spalten hier dieser Tabelle. An der ersten Stelle steht das Wasserstoff, hat die Ordnungszahl 1, besitzt also ein Elektron. Das findet auf der ersten Schale hier seinen Platz. Als nächstes haben wir das Helium, das befindet sich hier hinten. Das befindet, das besitzt zwei Elektronen, die können wir natürlich auf der ersten Schale unterbringen. Damit ist die erste Schale vollständig. Helium besitzt also zwei Valenzelektronen. Gehen wir weiter zu Lithium. Hier wird nun die zweite Schale begonnen, weil die erste ja mit dem Helium abgeschlossen ist. Hier haben wir die zweite Schale. Von den drei Elektronen des Lithiums können wir also zwei auf der ersten Schale unterbringen. Das dritte muss auf der zweiten Schale Platz nehmen. Lithium hat ein Valenzelektron. Gehen wir weiter zum Beryllium. Vier Elektronen, davon zwei Valenzelektronen. Weiter drei Valenzelektronen. Vier, fünf, sechs, sieben. Und bei Neon haben wir unsere äußerste Schale mit acht Valenzelektronen vollbesetzt. Hierbei haben wir gesehen, dass die Zahl der Valenzelektronen immer dieser Hauptgruppennummer entspricht. Sieben, sechs, fünf, vier und so weiter. Dass wir also die Zahl der Valenzelektronen einfach in der Hauptgruppenzahl ablesen können. Gehen wir weiter zur nächsten Zeile. Das Natrium steht in der dritten Zeile. Das heißt, wir müssen nun die dritte Elektronenschale beginnen. In der ersten Hauptgruppe, wir haben ein Valenzelektronen auf der dritten Schale. Und so setzt sich das natürlich auch hier wieder fort bis zu acht Elektronen auf der dritten Schale. Somit können wir als Regel festhalten, die Anzahl der Valenzelektronen eines Elements ist gleich der Nummer der Hauptgruppe im Periodensystem. Die einzige Ausnahme, das Helium hat nur zwei Elektronen, weil damit ja die erste Schale schon voll ist. Da es sich aber wie in Neon und in Argon wie ein Edelgas mit einer vollgefüllten Valenzschale verhält, hat man es hier in die achte Gruppe einsortiert. So, mit dieser Regel wisst ihr, wie man die Anzahl der Valenzelektronen von den wichtigsten Elementen in den Hauptgruppen bestimmt. Es gibt da noch den Sonderfall der Nebengruppenelemente. Das zeige ich euch im zweiten Teil des Videos.